hallo meine lieben und herzlich willkommen zurück zu mount and blade warband mit der schmott chancellor sky radio 2 unterstaffel 3 in der letzten folge sind wir stehen geblieben wir haben gerade einen recruiter herr wieder gekriegt mit 50 sladischen rekruten und ich würde sagen wir schicken jetzt noch mal ein paar recruiter raus noch mal für nord nochmal 50 für die nord und noch mal 50 für die nord und dann hätte ich gerne noch mal 50 für die nord dankeschön weil wenn wir jetzt versuchen noch mal ein los zu schicken wir sind jetzt hier hier stehen vier gute jetzt davon reiten entweder sie werden erwischt oder es werden abgefangen oder auch nicht am liebsten wäre es mir natürlich wenn sie nicht abgefangen würden und wenn ich jetzt sagt ja wir können nur vier recruiter von dieser stadt losschicken aber unsere männer haben erfahrung gekriegt deswegen nordwestkau nordveteran karawanwache von der karawanwache zum landsknechtsreiter und ihr swadische milizen perfekt da haben wir doch schon hier ist die potenz um ihre das war ich würde sagen aber wir gucken noch mal das war anders auf sammeln wir geben euch in zahlung und wollen dafür unsere bogenschützen veteranen raus da ich mit denen etwas besser arbeiten kann als mit die rekruter haben probleme auch cool wir können sehen wo die sind wusste ich ja gar nicht greifen den feind an so so mein grüß so wir schlachten uns natürlich wieder durch die schlacht rein der feinde locken immer mehr in reichweite unsere bogenschützen holen unsere kavalerie und infanterie mal zum angriff wir sind natürlich wieder ein level aufgestiegen dankeschön jungs da und da 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 das ab klanzen jetzt Kavalerist down klanzen ich muss schon sagen, dafür dass diese riesige Masse an Saraniden hier auf sie eingeprügelt hat, halten diese Landsknirps Kavaleristen doch einen Haufen aus aber das scheint der Resch gewesen zu sein wir haben ein Swadia verloren, das finde ich nicht gut das finde ich jetzt eher semi, dass wir ein Swadia verloren haben und ein Nordkrieger und boah, ganze drei Mann und es ist noch immer nicht vorbei wir warten jetzt, lassen sich anröten ich lasse mal ein Pferd hier stehen ich gehe mal zu Fuß dahin Kavalerie zum Angriff Infanterie zum Angriff Kavalerie zum Angriff Hallo Jeremus ich sehe necks wir sehen, ich sehe, keine Sascha sie Was ist das? Was ist das? Was ist das? Sehr schön, sehr schön. Es sind noch 40 Mann übrig, die schnappen wir uns jetzt. Es ist immer noch auf geht's. Okay, geht lanzenreiter, legt los. Was schreit'n da so? Was ist das? 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 Man muss schon sagen. Was ist das? 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 Und die schöne ist unser Constable bildet gerade diese saranidischen Fußsoldaten die davor saranidische rekruten waren jetzt weiter aus der bildet die aus bis zum Maximum. also bisher ist einer der drei rekruten im norden tot der wurde erwischt man dann schicken wir doch eigentlich noch mal einen los würde ich meinen obwohl nein wir warten uns erstmal bis die anderen da sind weil dann haben wir erstmal gut mit dem wir arbeiten können wir haben eigentlich schon ziemlich viel mit dem man arbeiten kann aber ihr wisst ja wie es ist es kann genug sein so wir gehen mal kurz in die schenkel weil ich würde schon gerne von der landskraft kavalerie leider kann ich keine männer mitnehmen deswegen stücke ich euch mal schön weg da kommt mit männer und dann holen wir uns den rest hier wieder raus bei ne passt so so fußsoldaten waffenknechte leuchte nordkrieger die nordhuskalle packe ich mir mal wieder da hoch gut die karawane wachen kommen unterhalb zweidische waffenknecht so wenn es kniechts kavalerie kommt über die lanzenknechtsreide hier geht die lanzenreide das passt so die lös man hör auf mit dem scheiß du bist meine armee nicht gewachsen außerdem haben wir noch ein paar minütchen eigentlich gut man muss dazu sagen die saraniden machen es uns eigentlich verdammt schwer was zu reißen momentan noch da wir eigentlich nicht weit außerhalb unseres reiches gehen können weil wir auf unsere dorfe und die stadt aufpassen müssen und da die besatzungsmacht in barriere noch lange nicht ausreicht um irgendwas zu reißen so dann dann Kavallerie bereit machen. Kavallerie zum Eingriff. Boah. Come here. Tillies man. Bewusstlos ist nicht tot. Was mich freut. Nicht zu sehen, dass ich... mich kinkriegar für Wettbewerber. Soll es einfach. Ich kann dir meine Wettbewerber auch nicht aus. Ich kann nicht aus. Dus weiß ich nicht. Und ich kann das nicht tun. Dann muss ich nicht aus der Lage. Dann müssen wir mal das Problem machen. Aber dann müssen wir uns nicht ganz gut sagen. Es ist nur ein Problem. Ich hoffe, dass ich das nicht angeht. Okay. 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 Die Remus. Das ist eigentlich einer der Charaktere, denen man gar nicht so viel zutraut. Aber wenn man den richtig aufrüstet, dann kann der schon was. Ich erspare mir jetzt die Befehlsgeberei. Guckt's euch an. Okay. Okay. Gute Arbeit, Männer. So, wir haben es geschafft. So, weiter geht's. Weiter geht's. Ich würde ja sagen, wir sehen uns jetzt in der nächsten Folge. Weil wir sind schon wieder bei der Zeit. Und dann, wie wir an dieser Stelle dann weiter. Und bis dahin, auf Wiedersehen.